Hey Jungs! Ey, 16 Elfmeter, warst du bei der Friseur oder was? Ja, war es schön, dass es euch aufhält. Ja, Mann, ich auch. Ja, ich auch, Alter. Ach, krass. Coole Frisur, Jungs. Ja, danke, Mann, aber deine Frisur ist trotzdem kacke, Alter. Du weißt schön, dass du und ich, äh... Was? Ich und du Müllers Kuh oder was? So, willkommen, liebe Klasse, hallo und willkommen zu unserem heutigen Unterricht, Mathematik. Ey, Dodo, guck mal, die Friseur vom Lehrer ist genauso kacke wie deine. Aber ich, äh, äh, vergiss es. Ja, genau, und nochmal für unsere heutigen Zuschauer. Ich bin Herr Lehrer, also ich heiße wirklich mit Nachnamen Lehrer. Ja, egal wie leer eine Flasche ist, manche Flaschen sind leerer. Und manche heißen auch noch so... Ja. Okay, haben wir alle schön gelacht, aber sind wir jetzt fertig, Herr Witzig? Hä, ich heiße Kevin. Ich weiß, Kevin. Ich weiß. Ähm, können wir jetzt aber bitte mit dem Unterricht anfangen? Und heute passt sie mal ein bisschen mehr auf, Kevin und Justin. Was soll denn sonst aus euch werden? Wir haben Style, Dicker. Mehr brauchen wir nicht. Ja, Mann. Guck hier, Alter. Guck. Schwarze Jeans. Blaue Schuhe. Blaues Longtea, Alter. Hier, ähm, Jacke passt zur Jeans und die blauen Streifen hier passen nochmal zur Hose und zum Longtea. Perfekt abgestimmt alles, Dicker. Ja, Justin, wunderbar. Aber ich bin nicht dein Alter, okay? Und können wir jetzt anfangen mit dem... Ja, Alter, dann mach doch dein komisches Gericht. Das heißt Unterricht, du Evolutionsbremse. Was willst du denn, Gesichtselfmeter? Halt, stopp, jetzt rede ich. Entschuldigung. Also gut, fangen wir denn mal an. Ähm, Justin, rechne du mir doch mal bitte, ähm, sieben mal sieben. Ganz feiner Sand. Nein. Dodo 49. Richtig, danke. Streber, Alter, geh mal nach Hause. Genau, du Streber. Hey, 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 Leute, beruf ich euch wieder. Okay, ähm, Kevin, rechne du mir mal bitte 3 plus 3. Ah, Herr Lehrer, ey, warte kurz. Ich hab grad, mein Gehirn hat grad krank. Ja, ja, Kevin, alles klar. Ähm, Justin, weißt du's? Boah, ey, keine Ahnung, ey, voll schwer, ja? Äh, Nutella? Boah, ey, voll schlau, ey. Wisst ihr was? Vollkommen richtig. Die Antwort ist Nutella. Ähm, oh, und ich seh grad auf meiner imaginären Uhr, wir haben auch schon Schluss. Hä, aber laut meiner imaginären Uhr haben wir noch... Hallo? Geil, Mann, hitzefrei. Geil, Mann, hitzefrei. Geil, Mann, hitzefrei. Geil, Mann. Untertitelung des ZDF, 2020